Neben den vielen Aktivitäten, die am Strand von Novalia angeboten werden, sticht eine nicht nur optisch heraus. Jet-Ski fahren ist eine Freizeitbeschäftigung der besonderen Art. Wer den Rausch der Geschwindigkeit, Kraft und Dynamik eines Jet-Ski bei voller Fahrt je erlebt hat, vergisst es nie mehr. Der Fahrpreis richtet sich nicht nach Personen, sondern nur nach der Zeit und der Größe der Maschine. Beschleunigung ohne Grenzen und Markierungen. Jet-Ski, mach was draus!